Passagiermaschine verfehlt Landebahn. Statt auf dem Inselflughafen des Kleinstaats Chuk aufzusetzen, landet diese Boeing 737 150 Meter weiter, in einer Lagune. In kürzester Zeit läuft die Kabine hüfthoch mit Wasser voll. Ich dachte, wir seien gelandet und dann habe ich ein Loch in der Seite gesehen, durch das Wasser hereinkam und da dachte ich, so sollte das nicht sein. Unter den 35 Passagieren brach kurz Panik aus, schildert Bill Janes weiter. Glück für die insgesamt 47 Menschen an Bord. Ganz in der Nähe gibt es einen schwimmenden Fischermarkt. Schnell waren Einheimische mit ihren Booten am Flugzeug. Alle Menschen konnten gerettet werden. Warum die Maschine der Fluggesellschaft Air New Guinea die Landebahn verfehlte, ist noch unklar. Möglich ist ein technischer Defekt. Auch ein Pilotenfehler wird nicht ausgeschlossen. Papua Neugineas staatliche Airline wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Sicht in der Region sehr schlecht war. 2 2 1 1 2 3 4 9 5 8